Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und wie schon angekündigt, heiße ich euch herzlich willkommen zum Vlog aus Dubai. Nach meiner bestandenen und abgeschlossenen Klausurphase musste ich doch mal vorher weg, bevor meine Uni wieder beginnt. Und ich bin jetzt hier mit zwei Kollegen, Oskar und Leon, in Dubai. Mache ein bisschen Urlaub, 5-6 Tage. Und ich nehme euch ein bisschen mit, mache einen Vlog. Aber das ist auch nicht das einzige Video, denn wir sind schon seit zwei Tagen hier. Die ersten zwei Tage war aber das Wetter eher wack. Dementsprechend waren wir da viel in der Mall. Da kommt auch noch ein extra Video. Entweder kam das schon oder es kommt noch, wo wir ein bisschen shoppen waren. Jetzt haben wir noch so knapp 4-5 Tage mit gutem Wetter. Und da werden wir einiges machen. Ich nehme euch mit. Ihr könnt einen Daumen nach oben gelassen, ihr könnt einen Kommentar schreiben. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Miracle Garden. Da war ich selber tatsächlich auch noch nicht. Ich war ja schon mal in Dubai vor zwei Jahren, knapp mit Gianni. Und das soll ganz cool sein. Das ist so ein riesiges Blumenfeld, sage ich mal. Hier ist übrigens die Mall of Emirates. Da waren wir die Tage auch schon. Ist auch viel größer als ganz Deutschland. Ich glaube, wir sind da. Da sieht man schon ein bisschen. Steppen wir jetzt rein. Tickets haben wir schon. Dubai Miracle Garden. Ich habe es mir ein bisschen leerer vorgestellt, weil hier sind überall Menschen. Aber da geht es jetzt rein. Da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Okay. Okay, okay, okay. Es ist unwahrsvoll voll. Digger. Einfach so ein Schloss da. Da sind so Pferde. Aber ich glaube, das ist so riesig. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen rum, wenn ich irgendwas Schönes finde. Da sage ich euch Bescheid. Wir wollten eigentlich hier ein paar Bilder machen und so, aber das ist halt überträglich voll. Müssen wir mal gucken, wie wir das umsetzen. Und hier haben wir den Grund, warum ich überhaupt hier hingekommen bin. Dieses Flugzeug. Ihr seht schon, wie riesig. Das ist einfach ein komplettes Emirates Flugzeug aus Blumen. Die haben hier wirklich so einen kompletten Park gebaut mit Blümchen. Aber es ist schon schön. Hier war auch irgendwie gleichzeitig auf einem Bazaar gelandet. Da hatten wir auch ein bisschen Fotos. Plötzlich stehst du dann halt irgendwann in Schlumpfhausen. Warum auch immer? Alles voller Schlümpfe. Hier ist eigentlich so gefühlt jedes Land eben als Trikot auf diesen Schlümpfe und überall sind eben diese World Cups. Könnt ihr sehen, kann man dann so hochheben und so. Ja, kuss, kuss. Hier haben wir noch einen Bär. Pinguine sind auch am Start. Aber wir gehen jetzt mal, glaube ich, hier durch, weil dann kommt nämlich auf die andere Seite vom Flugzeug. Jetzt kann man das Flugzeug komplett sehen. Sieht aber extrem geil aus, muss man sagen. Wir gehen jetzt mal da hoch. Mal gucken, was man da für eine View hat. Für alle, die wissen, wie viel Uhr wir haben, haben wir hier noch eine Uhr vor einem Schloss. Digga, what the fuck, hier ist eine Burg. War ein bisschen eine Burg. Einfach eine Burg. Wir sind mittlerweile wieder am Strand. Ihr könnt es sehen. Sehr, sehr schön. Kleines Fazit zum Miracle Garden. War sehenswert. Kann man machen. Sah schön aus. Aber jetzt auch nicht irgendwie unfassbar krass. Ich meine, der Eintritt hat irgendwie 15, 16 Euro gekostet. Wir waren da zwei Stunden. Von daher lohnt es auf jeden Fall. Wenn man die Zeit dafür hat und in Dubai ist, kann man das sehr, sehr gerne abchecken. Wir haben jetzt noch knapp zwei Stunden, die wir am Strand verbringen, bis es dann für uns auf eine Yachttour geht, wo ich auch unfassbar hyped drauf bin. Habe ich auch noch nie gemacht, so eine Yachttour. Wir werden dann zum Sonnenuntergang mit Barbecue auf der Yacht eben durch Dubai fahren. Und ich glaube, das wird wack. Nein, Spaß, aber ich glaube, das wird auch sehr, sehr nice. Der erste sonnige Tag hier fängt auf jeden Fall sehr gut an und wird, glaube ich, auch sehr gut. Weil wir eben schon gesagt, die letzten beiden Tage hat es hier echt geregnet. Es war scheiß Wetter. Wir konnten nicht so viel machen, aber jetzt nutzen wir hier alles komplett aus. Und es wird ein sehr, sehr geiler Urlaub und auch ein sehr, sehr geiler Vlog. Es kommt ein Dubai Mall Shopping Vlog, ein ganzer Dubai Vlog und ein Dubai Food Video, wo ich alles filme, was wir eben essen. Die man uns schwer erkennen kann, sind wir jetzt hier am Yachthafen bzw. der Dubai Marina. Wir holen jetzt da unser Ticket ab und dann geht es irgendwie hier in eine von den ganzen Yachten. Da fahren wir entlang und ihr seht schon, die Sonne fängt langsam an unterzugehen. Das heißt, wir bekommen einen hoffentlich der sehr nice Sonnenuntergang. Ich bin auf jeden Fall ein guter Dinge. Es wird wild und ich habe mittlerweile auch geisteskranken Hunger. Ich hoffe, da gibt es geiles Essen. Jetzt holen wir erstmal hier unsere Tickets ab und dann müssen wir, glaube ich, nochmal so 20 Minuten warten oder so. Wir haben uns jetzt hier unseren Fahringpass geholt und warten jetzt hier, bis wir abgeholt werden. Ihr könnt auch sehen, das hier, ich glaube, das Gelbe ist die Toute mit dem Fahrrad. Also einmal komplett hier Marina entlang, dann durch die Zinne, unterhalb der Palme, bis halt hinten zum Bruch aller Rapp. Ah ja, aber wo ist die Yacht? Ist das unsere Yacht? Okay, wenn wir Glück haben, ist es eine von denen hier. Ich hoffe, es ist eine von denen hier und nicht von denen. Hier steht auch exclusive Yacht drauf, das ist so ein Unternehmen. Bitte ist es eine von denen, weil die sind extrem wild und die sind eher so semi. Oh, ich glaube, es ist eine von denen. Wir gehen vorbei. Es wird eine von denen und das ist sehr, sehr wild. Geil. Oh, yes, 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 yes. Oh, ich muss meine Schuhe ausziehen. Oh, ich bin der Erste auf der ganzen Yacht. Wir können uns die besten Plätze aussuchen. Sehr, sehr wild. Ich denke mal, die hier, oder? Das wird unsere View, beziehungsweise das hier. Und jetzt werden wir ein bisschen rumcruisen. Ihr bekommt ein paar Einblicke. Ich glaube, es wird sehr, sehr nice mit Essen, Sonnenuntergang, dies, das. Das hat Potenzial. Können Sie sehen, wir sind losgefahren. Haben uns entfernt vom Spot dahinten. Und jetzt geht die Fahrt los. In einer Stunde gibt es Essen, ich habe extrem Hunger. Und wir haben einen sehr entspannten Platz. Ist auch gar nicht so voll, also es ist eigentlich extrem leer. Sehr entspannt. Was ist das hier eigentlich für eine Yacht? Junge, Junge, Junge. Hier haben wir das Riesenrad, auch genannt Eye of Dubai. Größtes Riesenrad auf der ganzen Welt. Und auf der anderen Seite haben wir den Jumeirah Beach. Auch sehr, sehr geil. Da werden wir heute Abend auf jeden Fall hingehen und ein bisschen chillen. Ich bin jetzt mittlerweile komplett raus aus der Stadt. Wir sind jetzt theoretisch auf dem offenen Meer. Ja, meine Haare haben mich schon auch verabschiedet. Das ist unpassbar windig hier. Da hinten auf der Spitze der Palme haben wir das berühmte, berühmte Atlantis-Temp. Ein unfassbar krassem Wasserpark, wo wir vielleicht auch noch hingehen werden, weil der soll auch extrem krass sein, auch glaube ich, der größte der Welt. Und da hinten, das Gebäude, ist by the way unser Hotel. Na, kann man jetzt auch mal sehen. Steppen mal nach unten, mal schauen, was hier so abgeht. Ah, hier kann man sich was zu trinken holen, okay. Ja, kann man machen, oder? 80% Zucker. Die Burger gemacht. Sehr, sehr wild. Das ist by the way das Five Paar im Hotel, da waren wir letztes Jahr. Essen ist ready. Sieht doch sehr, sehr vielversprechend aus. Cheeseburger, hier noch so Teile und Wassermelone. Und das wird sich jetzt reingehauen. Die Tour nähert sich schon langsam dem Ende. Wir sind jetzt hier nochmal vor dem Bruch à la Rapp. Und jetzt geht es, glaube ich, wieder zurück zur Marina. Und dann ist es auch, glaube ich, schon wieder fast vorbei. Was haben wir gezahlt? Ich glaube, 60 Euro für das Geld. Kannst du hier gar nichts gegen sagen. Wir haben Essen. Wir haben zwei Stunden, sind wir hier rumgecruist. Im Sonnenuntergang, wir hatten Platz. War eine schöne Jacht. Zusammengefasst, wirklich sehr, sehr geil. Wenn ihr das auch mal machen wollt, dann macht das auf jeden Fall. Und ich melde mich wieder, wenn es irgendwas gibt. Gesagt, getan. Wir sind mittlerweile am JBR. Wir laufen jetzt hier ein bisschen rum. Gehen vielleicht noch was essen. Rauchen eine Pfeife, chillen uns irgendwo hin. Die by the way aus wie, keine Ahnung, ein Tingle Tangle Bob oder so. Aber auf der Yacht war es so windig. Dementsprechend Haare extrem lost. Es wird auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher, entspannter Tag. Mal schauen, was der Abend noch bringt. Wir sind Smoky Beach. Und da werden wir uns jetzt hinschillen. Und ein bisschen Pfeife rauchen. Mal ein bisschen was trinken, die Stars, den Abend genießen. Hier hat man noch View aufs Riesenrad. Und hier auch noch mal auf die Skyline am JBR. Sehr entspannt. Hier kann man sich auch überall hinsetzen, in diese Sitzhecke. Dann hat man halt eben hier die View. Und hier halt noch eben das Riesenrad. Smoky Beach. Empfehlung von mir. Pfeife ist da. Milchshakes. Cocktail. Milchshakes. Und ich sage euch die Story Milchshake hier in der Smoky Beach Bar. Pfeife auch. Sehr, sehr gut. Boah. Purer Zucker, aber sehr, sehr lecker. Was geht, was geht. Wir haben den nächsten Tag. Wir befinden uns wieder im Hotelzimmer. Gestern waren wir halt eigentlich nur noch im Smoky Beach. Haben sonst nichts mehr Großartiges gemacht. Deswegen kam jetzt auch nicht mehr viel Content von da. By the way, ich liege hier auch gerade in unserem Zimmer. Und ich habe am ersten Tag schon direkt, weil ich nämlich, ne, ihr wisst, 500 EQ. Ich habe schon eine Roomtour aufgenommen, weil ich ganz genau wusste, okay, ab dem Zeitpunkt, wo wir in das Zimmer kommen, danach wird das Zimmer nie wieder so clean aussehen. Und auch deswegen bekommt ihr die Roomtour jetzt. Ja, reich verziert. Wir kommen zur kleinen Roomtour unseres Zimmers. Wir starten, weil das bald mal gerade belegt ist, mit dem Mainraum. Wir sehen ein großes Clean-Size-Bett, einen schönen Fernseher. Wir haben auf jeden Fall ein sehr kleiner Raum. Hier ist noch eine Couch, die man ausklappen kann. Denn wir sind drei Leute auf Sparfuchsmodus, auch zu drittem Zimmer. Das heißt, hier wird ausgeklappt. Hier steht auch noch ein Bray. Hier ist noch ein Spiegel. Ansonsten ist das Zimmer eigentlich relativ simpel. Wir haben noch einen sehr coolen Balkon mit entspannter View, wenn man mit rauskommt. Hier haben wir unsere Aussicht. Wir sind auf der Palme. Sehr cooles Hotel für alle, die sind interessiert. Wir sind im Radisson Jumeirah Beach. Hat auch erst letztes Jahr aufgemacht, das ist ganz neu. Und wir haben auf jeden Fall ein entspanntes Zimmer. Aber ich zeige euch noch mal ganz gut das Badezimmer. Nehmen wir noch so einen entspannten Spiegel, ein kleines Garderobe-Teil. Bad auch ganz simpel. Hier haben wir abgeschlossene Toilette, was auch sehr gut ist. Bad und hier noch die Dusche. Ja, sehe ich mich drin. Lässt sich duschen. Und das wäre unser Zimmer. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn es irgendwelche Infos gibt, was wir genau machen. Das würde ich gleich herausstellen. Aber heute wird auch ein guter Tag. Wir haben gutes Wetter. Und ich habe Bock. Das hier ist bei der Weih einer der beiden Pools in unserem Hotel. Und da oben irgendwo da ist unser Zimmer. Und da oben auf dem Dach ist auch nochmal ein Pool. Den kann ich euch später auch mal zeigen. Das ist so ein Rooftop-Pool. Der ist auch extrem nice. Wir haben es jetzt hier unten mal hingesetzt. Chillen jetzt hier ein bisschen. Wir genießen gerade ein bisschen das gute Wetter. Gehen ins Wasser. Bereuen uns. Da hat man halt eben hier noch diese View auf die Skyline. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe euch in diesem Video noch kein einziges Auto hier in Dubai gezeigt. Und Dubai, würde ich mal sagen, ist ja auch bekannt für ihre wacken Autos, die hier rumstehen. Wir haben einen Lamborghini, STO, einen McLaren, einen Urus. Urus, noch einen Urus, dann einen unfassbar wacken Urus Mansory. Geisteskrank für das Auto würde ich Arsch geben, sage ich euch ehrlich. Noch einen Huracan, noch einen Ferrari. Natürlich auch noch zwei Brabus G-Klassen. Das Geile an den Autos in Dubai ist, die dürfen ihre Scheiben überall komplett verdunkeln. Ich glaube, in Deutschland darf man nur die hinteren und die Rückscheibe verdunkeln. Aber hier in Dubai darfst du alles, auch vorne die Scheibe verdunkeln. Ich glaube, wegen der Hitze ist das. Ist das da Robert Geiss? Robert Habibi, einfach die Geissens hier. Schaut, als Carmen. Ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch schon auch den Rooftop bei uns im Hotel. Nennt sich auch Lamborghini Lounge oder so. Wir checken mal ab. Ja, lässt sich glaube ich sehen. Da unten lagen wir eben am Pool. Und hier haben wir eben den Rooftop. Da ist glaube ich so eine Art Restaurant in der Ecke. Und hier haben wir ein Pool. Ein Pool. Und auf der anderen Seite hat man eine sehr, sehr nice View auf Downtown Dubai. Burj Khalifa, Burj Al Arab. Kann man zum Beispiel beide sehen. Ja, doch. Ich glaube, besser geht es eigentlich nicht. Wir werden jetzt abgeholt. Und dann geht es bei uns ca. 45 Minuten in die Wüste. Und was wir dann machen werden, das werdet ihr sehen. Ich habe Bock. Die Jungs haben Bock. Und es wird sehr wild. Es geht los. Wir wurden eingesammelt. Let's go. Okay, es wird langsam. Wir nähern uns dem Ziel. Noch nicht ganz, aber es wird wüsterig. Wir sind da. Was gibt es hier? Boah, wild, 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 wild. Ja? Ich fange jetzt um meine Fanta und dann geht es los. Das ist unser Auto. Da geht es jetzt rein und dann fahren wir irgendwo ganz weit weg. Ich bin echt gespannt, was mich erwartet. Oh, der Bril ist stecken geblieben. Oh mein Gott. Derger, das kommt auf Kamera gar nicht rüber, Alter. Aber das ist, oh mein... Derger. Derger. Oh mein Gott, man ist auf. Oh mein Gott, man ist auf. Einfach du bei Typebeat Musik. French Montana als Fahrer. Also ihr könnt sehen, wir haben jetzt einen kleinen Stop gemacht. Machen wir jetzt hier ein paar Bilder. Gucken uns die Wüste an. Die Sonne geht gerade runter. Es ist immer Sonnenvergangen. Und diese Tour bis jetzt mit diesem Auto ist komplett gestört. Kommt zwar auf dem Video gar nicht so rüber, dass die aussehen, wenn wir so ganz normal so fahren. Ist egal, wir fahren hier wirklich wie eine Achterbahn. Das ist echt gestört. Machen jetzt hier ein paar Bilder, chillen noch ein bisschen. Und dann fahren wir mal weiter. Mal gucken, was uns noch erwartet. Bis jetzt, sehr wild. Wir sind jetzt nochmal hier zu Kamelen gefahren. Die Bresen sind auch am chillen. Was wir jetzt mit denen machen, keine Ahnung. Aber wir sind jetzt bei den Kamelen. Also das Ganze ist dafür gedacht, dass man halt hier mit so Kamelen rumgehen kann. Aber ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nicht so Fern darauf, weil es sieht mir jetzt nicht so nice für die Tiere aus. Ich glaube, dass wir es jetzt so fühlen. Kann auch, vielleicht machen wir es auch noch, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube eher nicht. Jetzt geht es auch langsam wieder back für uns. Ihr könnt auch sehen, die Sonne ist langsam auch komplett unter. Fragt nicht warum, aber wir sind wieder. In der Mall. Warum auch immer. Für uns geht es nämlich jetzt zu CZN Burak. Jan Burak, wie auch immer. War ich noch nie in meinem Leben. Wir haben extrem Hunger. Haben den ganzen Tag wieder noch nichts gegessen. Deswegen geht es jetzt erstmal dahin. Wer von euch aber genauere Infos zum Essen haben möchte, irgendwie ein kleines Review, wie es war, blablabla, der sollte das Video abchecken. Wo ich euch eine komplette Foodtour durch Dubai gebe. Entweder ist das schon online oder es kommt noch online. Ich glaube, es kommt aber noch online. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Mall hier nochmal erblicke. Aber wir mussten jetzt einmal komplett durchgehen. Denn der Laden ist auf der anderen Seite der Mall. Und nicht auf der Seite, wo wir waren. Deswegen noch einmal durch. Ihr könnt es sehen, extrem, extrem voll. Aber ich glaube, das liegt daran, dass gerade auch Wassershow ist. Beziehungsweise, nee, ist gar nicht Wasser nichts. Wir müssen auf jeden Fall jetzt da lang oder komplett hochgehen. Und dann ist da oben der Store. Ah ja, wir haben es geschafft. Da ist der Laden. Aber alles weitere dazu bekommt ihr ein extra Video. Das ist auf jeden Fall der Bré, um den es hier geht. Wow. Wir haben gegessen. Und zwar unfassbar gut. Es war wirklich geisteskrank. Aber alle Infos dazu, wie gesagt, bekommt ihr ein Food-Video. Wir sind gerade noch so ein Überlegen, was wir jetzt machen. Ob wir im Downtown bleiben oder mit dem Uber zum Five Farm Hotel fahren. Und da haben wir die Lage ab. Check mal, da ist abends eigentlich auch mal Party. Weil das ist eh direkt eigentlich neben unserem Hotel. Von daher müssen wir so oder so dahin. Ich weiß auf jeden Fall noch aus dem letzten Mal, wo ich hier war, dass da immer jeden Abend sehr, sehr krasse Partys waren. Also, was ich da für Sachen gesehen habe, das ist FSK 18. Was geht, was geht. Wir haben den nächsten Tag. Ich bin eben wach geworden. Das Wetter ist sehr, sehr nice. Wir waren gestern, nachdem wir bei Burak waren, noch kurz mit einem Five Farm Hotel. Haben da ein bisschen die Lage abgecheckt. Haben da ein bisschen gechillt, was getrunken etc. Aber da habe ich jetzt auch irgendwie nichts gefilmt. Heute ist unser letzter voller Tag. Das heißt, eigentlich müssen wir heute noch mal ein bisschen was machen. Aber ich glaube, so wie es aussieht, machen wir heute einen Pool-Day. Und nehmen die letzten Sonnenstrahlen noch mit, um uns ein bisschen noch zu räumen, bevor wir zurück nach Deutschland kommen. Morgen um 15 Uhr geht unser Flug nach Hause. Das heißt, wir haben heute den ganzen Tag. Morgen noch so den Formeltag. Und dann geht es wieder ins kalte Deutschland. Und dann beginnt auch am 6.2. meine Uni wieder mein Semester. Hart, egal. Wir haben uns jetzt erst mal für den Pool entschieden. Hier ist jetzt noch ein bisschen die Sonne. Und jetzt schwimmen, dies das. Wenn es irgendwas gibt, melde ich mich. Aber ich glaube, heute wird ein sehr chilliger. Kurz beten, dass man hier die Wasserbett isst. Wir machen den Live-Test. Das hat geklappt, oder? Kleines Update. Wir liegen mittlerweile am Strand und haben uns auch dazu entschieden, den ganzen Tag bis abends halt hier zu bleiben. Dementsprechend gibt es heute nicht so viel zu filmen und nicht so viel zu zeigen, weil wir machen heute echt ein chilligen. Vielleicht dort Abend noch irgendwas, wenn wir was essen gehen oder was weiß ich was. Muss aber auch mal sein. Wir haben jetzt jeden Tag hier irgendwie den ganzen Tag Action gehabt, haben irgendwas gemacht. Und jetzt brauchen wir mal so einen kleinen Off-Day einfach nur die ganze Zeit die Seele baumeln lassen. Ich freue mich bestimmt noch ein paar Eindicke hier vorm Strand, was ich so hier sehe und mache. Wenn es so spektakulär ist. Die View und der Ginger Ale, der kommt sehr gut. Leider, ihr merkt es vielleicht selber, ist mir gerade auch aufgefallen, dass meine Kamera, die ist irgendwie ein bisschen verschwommen, oder nicht? Jetzt können wir mal ganz kurz überlegen, was habe ich eben nochmal gemacht? Genau, ich habe mit meinem Handy im Pool. Digger, ich kriege es immer wieder aufs Neue hin, irgendwas im Urlaub kaputt zu machen. Letztes Mal war es meine Tasche, jetzt ist mein Handy. Ich habe Wasser an der Kamera. So wie ich Apple kenne, darf ich jetzt schön Komplettaustausch machen. Brauche ein neues Handy, weil Apple sagt mir dann, äh, Wasserschäden. Ja, wir sagen zwar, dass das Handy wassergeschützt ist, aber wir übernehmen keine Garantie. Ja, zum Glück wenigstens ist es am letzten Tag passiert. By the way, geht mein Handy auch alle 30 Sekunden irgendwie an und wieder aus. Das, also, Junge, Junge, Junge. Warum ihr am letzten Tag nichts mehr gesehen habt und ich schon wieder im Flugzeug bin, das erfahrt ihr gleich, wenn ich zu Hause bin. Das war ein Reim. Dann gibt es eine kleine Story zu. Und ich fliege jetzt noch knapp vier Stunden. Da bin ich sause, ich habe einen sehr, sehr angenehmen Flug, habe die ganze Reihe für mich. Da kann ich hier schlafen, das ist die View. Und dann sehen wir uns zu Hause wieder. Dann gibt es ein kleines Update. Schluss. Abmoderation. Und dann wäre es auch mit dem Video gewesen. Ja. Ich fliege jetzt weiter. Wünsche mir guten Flug. Und wir sehen uns. Und da bin ich auch schon wieder. Von meinem Zuhause aus. Ich bin gelandet. Ja. Wir haben jetzt auch schon den nächsten Tag. Ich war nämlich gestern beim Apple Store und habe erfahren, dass mein Handy einen Wasserschaden hat. Was jetzt auch nicht gerade unwahrscheinlich war. Wie ich schon gesagt habe, Apple meinte dann zu mir, yo, du musst einen Komplettaustausch machen. Kostet beim iPhone 14 Pro 1200 Euro. Dann habe ich dann gesagt, yo, ich kann mir doch einfach für 1400 Euro ein neues iPhone kaufen. Mein altes extern reparieren lassen und das alte dann verkaufen. Da bin ich noch viel billiger bei raus. Da meinte sie so, ja, das stimmt. Das kannst du machen. Dementsprechend habe ich mir jetzt ein komplett neues iPhone 14 Pro gekauft. Werdet mein altes iPhone 14 Pro reparieren, dann verkaufen. Und dann bin ich wahrscheinlich am Ende des Tages billiger raus. Das hätte ich jetzt einen Komplettaustausch bei Apple eben gemacht. Weil da hätte ich das Handy abgegeben, hätte 1200 Euro gezahlt, hätte ein neues Handy bekommen. So, das wäre dann das Prinzip gewesen. Ich finde es nur immer wieder krass, weil in meinem alten iPhone war ich so oft im Pool, im Meer, was weiß ich was, das ganze Jahr über, dass nie irgendwas passiert. Und jetzt hole ich mir ein neues iPhone, gehe einmal in den Pool in dieser Einszähne und es ist kaputt. Nice. Auch das nochmal dazu, von wegen 6 Meter Wassertief bis zu 30 Minuten. Apple, ihr habt es drauf. Naja, das wäre es dazu, darum soll es auch gar nicht gehen. Ich wollte einfach nur ein kleines Update geben, was das mit dem Handy ist. Am Ende des Tages ist es meine Schuld, das ist mir auch bewusst, aber es ist halt einfach, ja, sehr ärgerlich. Das wäre es aber auch mit dem Video gewesen. Das war das allererste Video aus Dubai. Als nächstes kommt ein Dubai Mall Shopping Blog, danach kommt das Dubai Food Tour Video und ich würde mal sagen, ich habe gefühlt mehr Content produziert, als überhaupt Urlaub gemacht. Trotz dessen und auch vor allem, weil die ersten zwei Tage echt scheiß Wetter war, war es ein sehr schöner Urlaub. Ich habe ihn sehr genossen, vor allem auch mit Oskar und Leon, war es echt sehr, sehr nice und ich hoffe, dass ihr auch diesen Vlog hier nice fandet. Der ist nur ein Vlog von drei Tagen, also es ist jetzt nicht und was mal riesig und ausführlich, weil es sind halt nur drei Tage hier drin, aber dafür kommen eben noch andere Videos, auf die ihr euch freuen könnt und ich denke mal, damit sind wir alle sehr glücklich. Ansonsten könnt ihr jetzt noch einen Daumen nach oben lassen und auch gerne einen Kommentar schreiben und auch sehr gerne ein kostenloses Abo da lassen, um mich zu supporten. Haut rein, freue ich euch auf die nächsten Videos und wir sehen uns. Tschüss. 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 Tschüss.